Dieser hier angebotene neuwertige Reiterhof befindet sich in Tegernsee. 2010 wurde dieses Objekt erbaut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Hauptfläche des Objekts liegt bei ca. 3900 Quadratmetern. Die Grundstücksfläche umfasst ca. 310.000 Quadratmeter. Das Objekt hat einen Kaufpreis von ca. 14.240.700 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bis dann! Bis zum nächsten Mal.